schalte ok das vereine das war das hätte nicht erschießen sollen ich lade lieber noch mal was war das für eine freund ziemlich unfreundlich für ein freund wir kriegen supercharge und backtrack of ammo yeah und einen teleporter der nicht funktioniert warum nicht wer weiß nie mal ein nicht funktionierende teleporter braucht okay nachdem unsere neuen nicht freunden erschossen haben können wir da rein okay ich will jetzt kein wort hören wir brauchen was brauchen ein grafikfehler überall ist in die zimmer schubelig ich will doch einfach nur einen schönen urlaub in der sonne machen machen ok oh berserker modus ich will keinen berserker modus muss ich denn lang da muss ich lang glaube ich munition nein schaut mir nicht sehr freundlich aus wohl das wirkt auch nicht direkt einladen jetzt verstehe ich den map norm fun of battles ja ok ich lauf vor ganz schnell weg kommt schießt auf mich ihr loser schießt auf mich ich bin ich saugeil oder lebt doch einer du solltest eigentlich tot sein du bist so hässlich wie die nachtfinster aber die gesichtshoppe verschönert dich eindeutig ich glaube ich habe nein war das jetzt klug dass ich das gemacht habe muss ich das machen ausgezeichnete frage was bringt mir das jetzt geil saugeil finde ich gut ich hoffe dass da hankommen noch öfters ich fand das jetzt irgendwie sau witzig und munition munition kommen wir dann rüber jup warum müsst ihr euch immer vor mir verstecken ich beiß euch doch nicht ich meine ich schieße euch vielleicht oder säge an euch rum oder was anderes was euch extrem weh tut aber weißen tue ich doch doch nicht gott schott gucki komm ich da nein komm ich nicht rein soll ich da runter springen oder erst wieder da nübe toll ich will ich will schaffe ich das jetzt wieder jup kein thema kinder spüren mich moment bist du die nehmen wir doch gleich mit die nehmen wir doch mit und 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 raketen raketen naja nur eine aber man will es ja nicht beschweren bringt ja eh nix was ist das keine ahnung ich werde es vielleicht noch herausfinden was was war das jetzt was aber immer wieder passiert mir das immer und immer zum wo wo denn verstehe ich nicht woher erschießen die mich egal ach toll jetzt freut mich super zuerst tolles secret area ja ganz toll zum glück habe ich das backpack auf amok gefunden ach ja das habe ich ganz vergessen ich habe ja munition gefunden und da ist mein neuer freund den ich nicht mag wieder ach komm ihr geht mir auf die nerven oh ein secret area verschießt man ja mehr munition als man wieder bekommt und wir haben doch schon gesagt wir wollen keinen berserker modus ich bin zu blöd den zu benutzen oder so raketen hammer ok also wo wo nein nein wie haben wir denn das letzte mal getötet mit 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 die wir einfach stehen geblieben sind und gar nichts gemacht haben genau so war das nein damit damit ja genau damit war es stirb 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 schon auf um mich rumzulaufen und stirbe einfach elendliches mistfee helf stimpig genau was er braucht und jetzt geht die tür nicht auf die tür geht nicht auf ja ich spring direkt in die bamba nahe so moment wo wollte ich jetzt lang geil was ist kannst du zurückschießen ist ja geil das sagt mir das niemand ich könnte jetzt da lang gehen oh gedärme oder warte mal wo 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 nein da nicht war ich da hinten schon was ich sterb da drin noch wie mies ist das denn nein ich muss muss daran glaube ich ja ja richtig genau da lang jetzt hoffe ich ein grafik fehler ich glaube da haben sie eine kleinigkeit vergessen zu integrieren sieht so ähnlich aus wenn man auch clip benutzen würde durch die mauern fliegt und wo müssen wir jetzt lang gehen wir einfach mal da rein und irgendwo ging es noch lang wo 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 nein 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 auch nett auch nett wie komme ich denn da rein gar nicht nicht von hier aus als wir waren wir waren wo wo lang ich verlaufen ich habe ich verlaufen ich weiß nicht wo es lang geht nicht zu wissen wo es lang geht ist nicht verlaufen ja ja ich glaube ich weiß wo lang ja da aber er von da ist